Da gibt es es genauso mit den Trommeln, nur dass hier jetzt zwei Schubladen eingebaut sind. Jetzt ist es einfach ein neues Nachtkästchen geworden und mit dieser Trommel habe ich das Schlagzeugspielen gelernt. Das war eines der ersten, was ich jetzt erschnitten habe, sagen wir mal so. Das kriegt man für einen Normalpreis jetzt? Das kostet jetzt 650. Aber die eigenen Trommeln würden Sie hergeben? Ja, die gebe ich auch her. Okay.